Heute gucken wir uns mal an, wie wir ein Visual Studio Code Color Theme bauen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute geht es um Visual Studio Code, beziehungsweise dort um ein Custom Theme. Was heißt, ihr habt das ja im letzten Video schon gesehen. Dort habe ich ein eigenes Unleashed Design Theme gebaut. Das könnt ihr auch runterladen, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten geht es heute darum, wie man sowas selbst machen kann. Weil vielleicht hat der ein oder andere auch Interesse, seine Farben bei Visual Studio zu sehen oder es gibt irgendwas, was ihm total nervt, was er gerne ändern würde. Dann kann er auch natürlich jedes x-beliebiges Theme umbauen. Das Ganze ist nämlich deutlich leichter, als ihr denkt. Und wir werden das Ganze mit GitHub machen und dort auch ein Action-Call hinterlegen, sozusagen, das automatisch, wenn eine neue Version gebaut wird, in dem Moment wird das ganze Ding auch released und landet im Marketplace von Visual Studio Code, sodass ihr das Ganze auch in Visual Studio ganz einfach installieren könnt. Das ist gar nicht so schwer, also legen wir damit direkt los. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung, wie immer, Discord, join the Community, sagt Hallo, tauscht euch mit anderen aus. Und ansonsten legen wir jetzt direkt los und bauen unser Theme. Auf geht's! So, als erstes ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, das hier ist das Theme, was ich gebaut habe, das Color Theme von Unleashed Design, was jetzt auch schon in dem einen oder anderen Video zu sehen war. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr euch das Theme anguckt, installiert und einfach mal drunter schreibt, was ihr denkt. Einmal in Bezug auf das Theme an sich, ob ihr Fehler findet, aber natürlich auch, ob euch das in den Videos gefällt. Mir persönlich gefällt es nämlich gut, dass alles quasi einheitliche Optik ist. Wenn ich jetzt Code schreibe, hat es dieselben Highlight-Farben wie beispielsweise Übergänge oder in den Thumbnails oder überall. Das ist die, ja, Motivation dahinter gewesen und ich wollte es einfach gerne mal ausprobieren. Was heißt, schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr über mein Theme denkt oder lernt die Last im besten Fall eine Bewerbung im Marketplace. Und das bringt uns schon zum nächsten Punkt. Wir sollten mich jetzt erstmal klarstellen, was eigentlich Teil dieses Videos ist. Und zwar das erste ist, wir werden dieses Theme bauen, beziehungsweise wir gehen alle Schritte durch, dieses Theme zu bauen und zu veröffentlichen. Was heißt, als erstes werde ich euch zeigen, wie baut man ein Theme, wo gibt es die Dokumentation, wie verwendet man die Dokumentation. Aber dann werden wir auch dafür sorgen, wie kriegen wir das denn hier in so ein Marketplace rein, dass man das wie ein ganz normales Theme oder Plugin über den Visual Studio Code Packet Manager installieren kann. Und nicht nur das, sondern auch wie wir das Ganze mit GitHub, so wie ein Projekt behandeln. Was heißt, dass man das Ganze versionieren kann mit einzelnen Releases, dass man hier schreiben kann, okay, was hat sich verbessert und dass das ganze Ding automatisiert deployed wird. Was heißt, in dem Moment, wenn ein neues Release erstellt wird, wird automatisch eine Pipeline getriggert. Diese Pipeline lädt das Ganze direkt in den Store und hier taucht dann unter der Versionshistorie eine neue Version auf und die Leute können sich das in Visual Studio Code runterladen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Ihr seht jetzt ja auch, wie lange dieses Video ist. Allerdings lasst euch davon nicht in die Irre führen. Denn so ein Theme komplett händisch zu bauen, das wir jetzt machen werden, ist eine Menge Arbeit. Ich habe da wirklich einige Abende dran gesessen. Das ist nicht schwer, aber es dauert einfach verdammt lange. Und daran kann man nicht wirklich was ändern, aber es macht Spaß und ich kann es jedem empfehlen, mal ausprobieren, auch wenn es nicht so richtig viel Sinn hat, weil es gibt quasi jedes Theme, jede Farbkombination schon. Und man ist nicht wirklich sicher, ob man da jetzt noch welche dazu bauen sollte. Aber mehr Auswahl schadet nicht. Und ein Theme, was man selbst gebaut hat, gefällt einem wahrscheinlich auch am besten. So, los geht's mit den ersten wirklichen Steps einer Theme-Entwicklung. Und zwar haben wir hier ein leeres Visual Studio Code. Und hier geben wir jetzt ein npm install-g, dann y o und dann generator-code. Das Ganze installieren wir jetzt einfach. Und in dem Moment, wenn das Ganze abgeschlossen ist, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, das Ganze ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Wir können das mit CLS einfach mal kurz clearn und geben jetzt hier einfach nur noch y o und dann Code ein. Und in dem Moment kriegen wir hier so einen schönen Dialog angezeigt. Das kommt gleich eigentlich. Zack, da ist er schon. Und hier können wir jetzt sagen, was wir machen wollen. In unserem Fall wollen wir ein neues Color Seam erstellen. Und wir wollen ein Fresh Start. Und jetzt können wir ein paar Attribute vergeben. Wir können das aber auch erstmal alles leer lassen, beziehungsweise, okay, wir müssen einen eingeben. Dann mache ich jetzt hier an Leashed-Design. Und in dem Moment lasse ich das leer. Das lasse ich leer. Okay, muss ich auch vergeben. Sagen wir auch an Leashed-Design-Tutorial. Zack, damit haben wir das. Noch eine Dark. Möchten wir das Ganze mit einem Repository initialisieren? Nein. In dem Moment, wenn das Ganze erstellt wurde, haben wir hier einen kleinen Ordner. Die Dateien, die hier drin liegen, kopieren wir uns jetzt einmal komplett hier raus. Zack. Weil das liegt hier alles schon in einem Git-Repository. Und jetzt haben wir unser Seam mehr oder weniger erstellt. Das Ganze können wir schließen. Diese Visual Studio Code Extension Quickstart ist einfach eine Anleitung, wie man damit loslegen kann. Das brauchen wir jetzt in unserem Fall aber auch nicht. Was wir aber hier brauchen, ist ein neues File, und zwar eine Git-Ignore. Und hier eine Node-Modules. Das heißt, wir müssen natürlich auch Node-Modules einmal rauskicken. Und wir wollen auch hier Visual Studio Code, den Ordner, der hier oben drin liegt, rausschmeißen, weil das ist einfach nur ein Launch-File. Das brauchen wir in unserem Fall nicht. Das nächste, was wir machen, hier ist nämlich Visual Studio Code Ignore. Hier sieht man es auch nochmal, ist auch nochmal komplett verlinkt. In dem Moment können wir das Ganze aber so lassen. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist nämlich hier die Package.json öffnen. Und hier sehen wir jede Menge Punkte. Und die sollten wir jetzt ein bisschen ausführlicher gestalten. Es gibt einmal einen Namen, das ist in der Regel der Name eures Projektes. Dann einen Display-Namen, das ist das, was überall angezeigt wird. In unserem Fall nenne ich das halt ausgeschrieben so. Eine Beschreibung ist selbsterklärend, Version ist selbsterklärend. Und Engine ist quasi die Visual Studio Code Version, die mindestens vorhanden sein muss, damit man euer Plugin, euer Theme installieren kann. Weil auch hier gibt es Unterschiede. Und die nächsten Punkte sind einige andere. Und zwar als erstes gibt es einmal einen Publisher. Was auch immer hier drin steht, ist quasi derjenige, der das veröffentlicht hat. In meinem Fall Unleashed Design. Dann gibt es natürlich eine Category, die haben wir hier schon definiert. Das ist Themes. Da gibt es natürlich auch Plugins oder andere Punkte. Dann gibt es ein Element, das nennt sich Gallery Banner. Das kopieren wir uns mal eben und fügen das einfach hier ein. Da seht ihr hier Gallery Banner mit einer Color und einem Theme. Und das ist quasi das, was genutzt wird, um das im Marketplace anzuzeigen. Beispielsweise sorgt das, dass diese Farbe hier im Hintergrund ist. Das sorgt dafür, welches Theme genutzt werden soll, wenn man das in Visual Studio Code öffnet, also Dark oder Light. Und dafür ist das Ganze quasi gedacht. Aber wie ihr seht, gibt es hier noch mehr an der Seite an Informationen, wie zum Beispiel ein Repository, ein Change Log. Dann gibt es hier Tags und so weiter. Und das müssen wir uns auch noch alles ansehen. Und zwar gibt es als erstes jetzt einen Punkt, der nennt sich einfach Bugs. Und Bugs ist hier einfach ein Element. Das erwartet ein Objekt und eine URL. Das heißt, hier drin brauchen wir noch etwas und zwar eine URL. Und was brauchen wir hier? Ich habe ja gesagt, es basiert alles auf einem leeren Repository. Und hier nehmen wir jetzt diese Seite in unserem Fall und fügen die hier einfach ein. Das ist unser Repository. Das sorgt nämlich einfach nur beim Klick, dass man direkt zu dieser Issues-Seite kommt. Das nächste, was es gibt, ist wie in jedem Projekt, gibt es natürlich ein Repository. Und dieses Repository erwartet einmal ein Type. In unserem Fall ist das Git. Und hier erwartet es auch eine URL. Das ist quasi die gleiche URL wie hier oben. Das könnt ihr natürlich, wenn ihr nicht GitHub nutzt, sondern einen anderen Git-Leiste, ein anderes nehmen. Und aber ohne Issues. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, ist das Ganze schon mal gar nicht schlecht. Ansonsten könnt ihr oder solltet ihr im besten Fall hier noch ein Icon hinterlegen. Dieses Icon sollte icon.png heißen. Und hier auf der obersten Ebene liegen und 124 Pixel groß und breit sein. Und das Letzte, was natürlich fehlt, ist hier unten noch ein abschließendes Attribut, nämlich Keywords. Was auch wieder selbst erklärend ist. Eine Liste von zum Beispiel Unleashed Design Strings. Die einfach dafür sorgen, dass ihr gefunden werden könnt, wenn jemand hier im Marketplace danach sucht. Das Ganze ist soweit jetzt abgeschlossen. Wir müssen später noch ein bisschen was erweitern. Und zwar müssen wir hier auch sowas wie Skripte später benutzen, damit wir das Ganze automatisiert deployen können. Aber grundsätzlich speichern wir das jetzt erstmal ab. So, aber das Spannendste ist, hier das ganze Ding mal uns anzugucken, was wir jetzt eigentlich generiert haben. Dazu gehen wir hier einfach in die Seitenleiste, drücken einmal F5. In dem Moment wird der Extension Developer ausgestartet. Das ist einfach eine Instanz von Visual Studio, wo direkt euer Theme zu sehen ist. Ihr seht hier diese Farbe im Editor. Und diese Farbe können wir uns jetzt angucken, wenn wir hier in Unleashed Design Tutorial in diese JSON reingehen. Und hier sehen wir jetzt Colors. Hier gibt es auch noch Token Colors. Dazu gleich mehr. Aber für uns ist erstmal Colors interessant. Und zwar haben wir hier immer ein Statement. In unserem Fall Editor.Background. Und hier haben wir ein Farbcode. Und dieser Farbcode ist der, den ihr hier gerade seht. Wenn ich das jetzt nehme und hier einfach den Farbcode Excel, das Ganze speichere und mir das wieder angucke, dann sehen wir, die Farbe hat sich verändert. Und mehr ist es nicht. Mehr ist es wirklich nicht. Ihr ändert einfach nur für bestimmte Attribute den Farbcode und macht das Ganze so, dass es aussieht, wie es euch gefällt. Ihr könnt die Farbcodes noch ein bisschen mehr beeinflussen. Ihr könnt zum Beispiel hier noch so etwas dranhängen wie eine 05. Speichert das Ganze ab. Dann verändert sich die Deckkraft der Farbe ein bisschen. Das ist einfach ein anderes Format. Halt nicht einfach Hex, sondern Hex mit quasi noch einer Deckkraft. Aber woher zum Teufel kennt man diese Statements? Und das ist ziemlich einfach. Es gibt dafür diese Seite. Diese Seite ist in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist einfach eine komplette Color-Theme-Dokumentation. Ihr seht hier an der Seite alle wichtigen Elemente. Und hier seht ihr auch nochmal die Color, also die Formate, die genutzt werden dürfen. Und wenn wir jetzt hier runter scrollen, dann sehen wir zum Beispiel Base Colors. Oder wenn ich hier auf Buttons klicke, sehen wir Buttons. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier mal Button Background mir herauskopieren. Gehe jetzt wieder in Visual Studio Code und sage jetzt hier, okay, ich habe hier jetzt meinen Button. Und diesen Button würde ich gerne mit FF einfach mal gelb färben. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Gehe wieder in die Developer-Pose-Ansicht und sehe hier, unser Button ist jetzt gelb. Jetzt muss ich natürlich hingehen. Ich kenne jetzt den Code dafür schon auswendig. Und das ist nicht Back, sondern Foreground. In dem Moment kann wir jetzt auch hingehen und sagen, okay, unser Foreground, also die Schrift innerhalb des Buttons, möchten wir anders gestalten. Beziehungsweise ist das Foreground? Ah, Foreground wird falsch geschrieben. Ich habe mich schon gefragt, warum highlightet er mir das denn? In dem Moment speichere ich das. Und jetzt haben wir hier den Text in einer anderen Farbe. Aber wir wollen vielleicht blau nutzen, damit wir richtig Augenkrebs bekommen. Und in dem Moment ist das Ganze blau. Das heißt, so geht hier einfach vor. Und ich meinte ja am Anfang, es dauert lange, das zu machen. Und das hat den Grund, es gibt echt viele Befehle. Und ihr müsst mehr oder weniger durch so gut wie jeden davon durch und den für euren Theme oder für euer Layout anpassen, dass es korrekt aussieht. Und ihr werdet auch Fehler stoßen. Ich habe einige Fehler bei mir drin gehabt, wo ich einfach Farben falsch gesetzt habe oder die Hintergrund- und die Foreground-Farbe gleich hatte. Das Ganze wird euch passieren. Und das ist das, was ich meinte am Anfang mit. Es dauert, aber es ist nicht wirklich schwer. Ihr geht einfach hier Step by Step durch, kopiert euch das da rein und baut das ganze Ding. Wie schon gesagt, gibt es kleine Helferlein, die für einen das Ganze ein bisschen automatisieren. Wie zum Beispiel das hier, Visual Studio Code Theme Generator. Der hilft einem so ein bisschen und der macht das alles, in Klammern, versucht das ein bisschen zu vereinfachen. Ich habe für mich festgestellt, ich war wohl zu picky und bin da permanent auf Probleme gestoßen. Deswegen bin ich dann wirklich dabei verblieben, mich Step by Step hier durchzuarbeiten durch jeden einzelnen Wert, weil ich teilweise die Werte auch absichtlich ausblenden wollte. Also ich wollte, dass bei bestimmten Elementen der Fore- und Background einfach gleich ist, damit die weg sind. Weil zum Beispiel hier diese Linien, die man jetzt bei normalen Entwicklerflow ganz gut findet, die wollte ich teilweise die Möglichkeit haben, in einem Tutorial die beispielsweise auszublenden. Oder auch andere Elemente, wie zum Beispiel das hier an der Seite, dass man hier sieht, welche Änderungen es so gibt, wollte ich einfach im Tutorial, in der Tutorial-Ansicht, in den Videos einfach verstecken. Und deswegen habe ich das teilweise verändert und mir auch bestimmte Elemente einfach unsichtbar gemacht. Kategorisch gibt es jetzt aber noch ein weiteres wichtiges Feature, was vor allem später zum Tragen kommt. Und zwar, wenn ihr hier zum Beispiel ein Button Background euch reinkopiert habt, das Ganze aber leerlasst und einfach mal abspeichert, dann wird das hier rot angezeigt. Was heißt, ihr könnt theoretisch hingehen, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, muss ich gestehen, und alle Elemente, die es hier gibt, einmal kopieren, einfügen, dann ist Visual Studio Code einmal komplett knallrot und ihr könnt dann Step-by-Step hingehen und das Ganze reverse-engineeren, dass ihr quasi hingeht und sagt, ihr guckt, dass der Button alle Farben hat, der Button alle Farben hat und ihr werdet relativ schnell merken, dass ihr immer wieder auf Punkte stoßt, die rot sind, wo ihr Situationen habt, die ihr vielleicht noch nie genutzt habt und wo jemand Probleme gefunden hat oder auf Probleme stoßen würde, wenn er dieses Feature regelmäßig nutzt. Aber prinzipiell ist das schon alles, was es zu Farbcodes gibt, aber es gibt hier noch ein weiteres Feature und das haben wir gerade schon gesehen und zwar diese Token Colors. So, der nächste interessante Punkt ist nämlich das hier. Ein Theme besteht ja nicht nur aus Farben, das habe ich jetzt hier gerade mal leer gemacht, sondern auch aus diesen Token Colors. Und hier werden am Anfang schon jede Menge Sachen gerendert. In dem Moment, wenn ich hier beispielsweise einen Kommentar schreibe, Hallo, dann sehen wir, das Ganze ist kursiv, wir sehen auch, es hat eine bestimmte Farbe und das wird hier definiert. Das heißt, hier wird gesagt, von Style ist Italic, Foreground hat diese Farbe. Das Ganze wird hier bei Comment oder Punctuation, Definition, Comment geschrieben. Das heißt, einmal bei einem normalen Kommentar und auch bei so etwas wie diesem hier. Das zählt da auch mit rein. Grundsätzlich können wir das jetzt also verändern, wie wir Lust und Laune haben. Wir können jetzt hier hingehen und sagen, okay, wir wollen Kommentare mega sichtbar und machen die auch gelb. Und wenn wir das jetzt speichern, dann sehen wir, dass hier unser Kommentar gelb wird. Und das Ganze passiert über sogenannte Tokens und das Ganze wird ziemlich einfach erklärt. Und zwar hier auf dieser Seite, das ist nämlich der Syntax Highlighting Guide, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier gibt es die sogenannte Tokenization und dann Breaking Text into a List of Tokens. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Es bricht einfach nur den Text in einzelne Elemente runter von einer Programmiersprache beziehungsweise von jeder Programmiersprache. Und es gibt dazu auch jede Menge kleine Helferlein, die wir uns jetzt angucken werden, weil das dauert länger als das eigentliche Sieben. Das heißt, ihr könnt theoretisch für jede einzelne Programmiersprache eigene Definitionen machen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, dass der Scope hier für den Comment nur in JavaScript zählt oder nur für andere Elemente. Oder wenn wir jetzt hier mal runterscrollen, seht ihr, wie lang diese Liste ist. Jetzt hier an der Seite seht ihr das, ja. Und dann kann man hier, wenn man ein bisschen runterscrollt, sieht man zum Beispiel hier Name Makedown und dann ist hier halt Text HTML Markdown. Markup Inline Raw Markdown. Das heißt, man kann mit dem Scope genau festlegen, was davon betroffen ist. Und zwar können wir uns jetzt hier drin was öffnen. Und zwar drücken wir einfach STRG-P und sagen dann hier Developer und dann hier Inspect Editor Tokens and Scope. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hier reinklicke, sehen wir hier nämlich Text Made Scope und dann sehen wir hier Comment Inline Double Minus Slash Punkt JS. Was heißt, hiermit könnten wir jetzt exakt definieren, wie dieser Double Slash Kommentar in JavaScript aussieht. Oder hier der Foreground bei Comment. Und so kann man das dann quasi eins zu eins definieren. Kann dann hier sagen Foreground, Background, Contest Ratio, Font Style, Language. Und das kann man alles definieren und runterschreiben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Ihr könnt natürlich über diese Tokenization viele Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich hier mal eingebe Variable. Hier ist es schon. Und das war eins zu weit. Hier Variable Parameter. Wenn wir zum Beispiel hier, habe ich ja meine Variable Test und dann hier der Parameter ist 2, könnten wir verändern und hier zum Beispiel reinschreiben 00FFFF, speichern das Ganze ab. Und in dem Moment ist hier hinten diese 2, hat sich die Farbe verändert. Das heißt, dieser Parameter, die Farbe für einen Parameter, verändert sich jetzt in jeder Programmiersprache. Aber ihr könnt hier unendlich viele Regeln für jede Programmiersprache erweitern. Und das ist auch das, wo die Themes so richtig glänzen können. Oder wo man richtig gut dafür sorgen kann. Man kann natürlich auch genauso gut in seinem Theme sagen, das interessiert mich komplett nicht. Und ich würde gerne alles, was hier drin ist, einfach rauslöschen, speichern. Dann ist das alles weiß. Und das ist nämlich der Punkt, wie gesagt, was richtig lange dauert. Dass man einmal die gesamten Tokens bereitstellt, dass man hier durch die ganzen Sachen geht und das alles anpasst. Ich habe jetzt bisher für mein Theme auch ehrlich gesagt nur die gängigen Programmiersprachen verfeinert. Also sowas wie SAS, sowas wie HTML, JavaScript, aber auch PHP, Python und sowas sollte damit alles wunderbar funktionieren. Oder Flutter, weil ich das für die Arbeit nutze. Also da hat die Programmiersprache. Aber man kann das für seine Anpassungen, für sein Lieblingsverhalten quasi immer weiter optimieren und immer weiter verfeinern. Das Ganze ist ziemlich cool, macht Spaß, aber es dauert ewig. So, wir sind jetzt mit unserem Theme soweit durch. Also das ist fertig, es ist erstellt, es funktioniert. Aber wie können wir das Ganze jetzt publishen? Dafür nutzen wir, wie gesagt, GitHub und dort einen Job, also einen Action-Job, der bei uns, wenn wir einen neuen Release erstellen, das Ganze automatisch in den Marketplace baut. Das Ganze werden wir jetzt im Prinzip einfach mal umsetzen. Also los geht's. So, das Erste, was wir machen, ist, wir erstellen uns jetzt einen Personal Access Token. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Ihr müsst euch dazu allerdings einen Account bei Azure DevOps machen, weil Visual Studio Code ist halt ein Microsoft-Produkt. Und das läuft alles hier über diesen DevOps-Account. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr eine Organisation, aber nicht unbedingt, aber ihr müsst hier oben auf dieses Profilbild gehen. Und hier könnt ihr euch jetzt Personal Access Tokens erstellen. Ich habe hier schon zwei und wir werden jetzt noch einen dritten erstellen. Und die solltet ihr wie alles, wenn es um Tokens geht, mit, ja, absolut nur ihr dürft die sehen. In diesem Tutorial werde ich jetzt gleich natürlich einen Token erstellen. Dieser Token ist aber zu dem Zeitpunkt, wenn das Video online geht, wahrscheinlich schon zwei Wochen lang gelöscht und damit ungültig. Aber seid vorsichtig, die sollten nicht klar irgendwo zu sehen sein. In dem Moment sage ich hier All Accessible Organizations und sage hier Test. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir sagen All Scopes. Und hier scrolle ich jetzt ein bisschen nach unten, bis wir irgendwann Marketplace sehen. Hier haben wir es schon. Und hier brauchen wir Manage. Dann sollte euer Expire Date natürlich irgendwie gesetzt sein. Bei uns passt das jetzt. Das heißt, dass das auch nur bis morgen gültig ist, beziehungsweise bis nächsten Monat. Und das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment drücke ich hier drauf bei Copied. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, gehen wir hier in Visual Studio Codes und hier auf Settings und da unten auf Secrets. Und in dem Moment seht ihr diese Seite. Und hier gehen wir auf New Repository Secret und sagen jetzt hier einfach VSCE-PAT. Hier fügen wir unseren Token ein, speichern das Ganze ab. Und jetzt ist das unter dieser Variable später in unseren Actions erreichbar. So, das nächste, was man natürlich braucht, ist einen Publisher. Wir sind hier auf der Visual Studio Code Marketplace Seite. Und hier ist hier oben Build Your Own. Da kommt ihr zu der gesamten Dokumentation. Oder natürlich hier Publish Extension. Und das wollen wir machen. Und in dem Moment landet man, wenn man eingeloggt ist, wie in meinem Fall schon hier. Ansonsten werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich mit eurem Microsoft bzw. eurem GitHub, also euer Microsoft Azure Account anmelden. Ihr seht hier auch schon mein Team, was wirklich existiert. Und wir erstellen uns jetzt einen neuen Publisher. Und dieser neue Publisher braucht natürlich einen Namen. In unserem Fall sage ich jetzt Unleash Design Test. Den lösche ich gleich wieder in dem Moment, wenn das Tutorial fertig ist. Ihr könnt jetzt jede Menge Informationen eintragen. Ich sage jetzt Create. In dem Moment ist unser Publisher erstellt. Und wir sollten jetzt wieder auf die andere Seite verlinkt werden. Jetzt haben wir hier nämlich einmal Unleash Design. Was heißt, hier ist mein wirklicher Publisher Account. Und hier ist jetzt unser Test Account, den ich wie gesagt gleich wieder löschen werde. So, wir sind jetzt wieder in Visual Studio Code. Und ich erwarte, dass ihr hier quasi alles fertig eingefügt habt. Dass ihr hier in der Seite Themes natürlich abgeschlossen habt. Dass ihr eventuell auch den Change Log pflegt. Ein Icon hinzugefügt habt. Also das ist alles fertig. Was wir jetzt als erstes machen, hier unseren gerade erstellten Publisher. Unleash Design Test müssen wir hier hinzufügen. Und das nächste, was wir machen, ist, wir sagen NPMI und dann VSCE. VSCE, so. Minus, minus, save, minus, dev. Das heißt, wir installieren uns jetzt ein Toolkit, nämlich das Visual Studio Code Extension Toolkit. Mit dem es uns einfacher möglich ist, Sachen zu packagen und zu managen und zu verwalten. Und da sagen wir jetzt einfach VSCE Package. Und in dem Moment erstellt uns dieses Tool ein Package. Das haben wir jetzt hier erstellt. Mit der Versionsnummer, die hier hinterlegt ist. Was heißt, wenn ihr diese Nummer hier am Ende ändern wollt, dann müsst ihr das hier hinter einmal erweitern quasi. Und wir können das Ganze jetzt publishen. Aber das wird noch nicht funktionieren, weil wir müssen erst sagen VSCE und dann hier einfach loggen. Und in dem Moment, ups, habe ich natürlich vergessen. Unleash Design Test. Das heißt, wir müssen uns in unseren Publisher einmal einloggen. Und hier sagen wir, do you want to override its pad? Ja, das möchte ich gerne. Und ich möchte jetzt hier den Personal Access Token, den wir vorhin erstellt haben, einmal einfügen und uns einloggen. Und in dem Moment sagt er, okay, die Personal Access Token Verification succeeded for the Publisher Unleash Design Test. Und in dem Moment können wir das Ganze hier einmal schließen und sagen VSCE und sagen hier publish. Und in dem Moment nimmt er sich jetzt die Version, die er hier findet. Das ist halt in unserem Fall die 001 und publish die. Und wenn wir jetzt in unsere Manage Extension gehen und hier einmal aktualisieren, sollten wir jetzt wie erfolgreich hier unser Package sehen. Das verifiziert jetzt. Das sollte aber gleich ohne Probleme irgendwann grün sein. Das kann aber gut und gern, je nachdem wann ihr das publisht, auch mal eine Stunde dauern. Also bei mir hat das auch teilweise schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde gedauert. Aber irgendwann ist das dann fertig. Und dann sollte euer Plugin in Visual Studio Code im Marketplace auftauchen. So, nachdem das jetzt gepublished ist, können wir uns das Ganze jetzt auch hier mal ansehen. Was heißt, wir haben jetzt hier, können wir uns das Ganze betrachten quasi. Und wir können jetzt auch das mal im Store angucken, wenn wir hier drauf drücken. Irgendwo kann man das machen. View Extension. Dann sehen wir jetzt hier unsere Extension, wie sie gepublished wurde. Wir sehen hier genau unsere Einstellungen und so weiter und so fort. Das funktioniert also alles wunderbar. Was noch nicht funktioniert, das Ganze automatisiert zu machen. Und das fehlt jetzt natürlich noch. Dazu öffnen wir jetzt hier Visual Studio Code. Das Ganze können wir hier einmal clearen. Und jetzt müssen wir etwas hinzufügen. Und zwar, wie die letzten Wochen auch schon, erstellen wir uns eine neue Folder mit GitHub. Hier in der neuen Folder GitHub erstellen wir noch eine weitere mit Workflows. Und in Workflows erstellen wir uns ein publish.jml-File. Und hier erstellen wir jetzt einiges an Informationen. Nämlich einmal einen neuen Job, der heißt publish. Das Ganze soll bei einem bestimmten Trigger natürlich ausgeführt werden. In unserem Fall sage ich, in dem Moment, wenn das Ganze released wurde. Außerdem fügen wir wegen Zweck des Tutorials noch einen Workflow-Dispatcher hinzu. Das heißt, wir können den Job automatisch triggern. Das Nächste ist, wir definieren so, dass unser Job, den wir jetzt erstellt haben, automatisch auf Ubuntu läuft. Das heißt, er wird auf Ubuntu ausgeführt. Und hier wollen wir jetzt einige Steps definieren. In dem Moment, wenn wir das gemacht haben, fügen wir jetzt noch den ganz normalen Checkout hinzu. In dem Moment sagen wir, okay, benutze bitte GitHub Actions. Und hier fügen wir jetzt das 0815 Node Install hin, also ein, dass in dem Moment, wenn das Ganze ausgeführt wird, einmal Node Install ausgeführt wird. Und hier sagen wir jetzt CI. In dem Moment wird quasi Node in einer anderen Version ausgefüllt. Und hier starten wir jetzt das eigentlich Interessante, nämlich unseren Publish-Job. Und hier führen wir jetzt aus Run. Und hier sage ich NPM Run Deploy. Den Job definieren wir gleich noch. Aber was wir jetzt machen müssen, ist eine Environment-Variable definieren. Mit VSC und dann PAT. Und hier definieren wir jetzt eine Variable. Und zwar greift die auf unsere Secrets zu. Das Ganze kopiere ich mir jetzt mal kurz. Das geht schneller. Und zwar sagen wir jetzt so, zack, okay, greift auf Secrets und hier auf unseren Secret-Token zu. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und das so lassen, wird das auch so funktionieren. Was heißt, der publisht das jetzt. Allerdings fehlt uns hier natürlich noch unser Script. Was heißt, wir sagen jetzt hier Scripts, einmal bitte ausführen. Und hier haben wir unser Script Deploy, das wir ja nutzen wollen. Und hier sagen wir jetzt einfach VSC und hier definieren wir VSC Publish. Und in dem Moment, wenn wir das so definieren, mit Minus Minus Jahren, speichern wir das Ganze jetzt ab. Und unser Theme wird automatisch gepublished in dem Moment, wenn eine neue Version gebaut wird. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal nehmen, hier alles committen und sagen Test und deployen das, beziehungsweise committen, pushen das mal eben an unseren Server. Und wir gehen hier jetzt in GitHub. Dann sollten wir jetzt hier unseren GitHub-Workflow-Ordner sehen. Wunderbar. Und wir sehen jetzt hier unseren Workflow. Wir könnten den jetzt hier manuell starten, wenn wir Publish ausgewählt haben. Allerdings würde das nicht funktionieren, weil diese Version 001 schon existiert. Das müssen wir mal eben verhindern und sagen jetzt hier, wir haben 011 und erstellen uns jetzt einfach kurzerhand mal eine neue Version. In dem Moment, wenn wir das jetzt abspeichern und sagen hier Update. Jetzt haben wir irgendwas verändert an unserem Theme und pushen das jetzt an den Server. Da müssten wir jetzt hier in unserer Version gleich einmal kurz ein Update sehen. Das ist jetzt hier auch erfolgreich passiert. Jetzt gehen wir wieder auf Actions, auf Publish und sagen, wir würden das gerne jetzt einmal bauen. Und in dem Moment wird jetzt unser Workflow getriggert. Ihr solltet jetzt hier Publish sehen und mal kurz warten, bis das Ganze abgeschlossen ist. So, in dem Moment kommt hier das kleine grüne Häkchen. Wir können auch mal draufklicken und uns den Job angucken. Und zwar sehen wir jetzt hier einen Job completed, nämlich deploy, komplett durchgelaufen. Und in dem Moment, wenn wir jetzt hier auf unsere Extension-Übersicht gehen, sehen wir hier 001. Das aktualisiere ich jetzt einmal. Und in dem Moment sollte ich hier 001 verifying. Und dann müsste hier jetzt, wenn man das Ganze größer macht, unsere neue Version wird gerade verifiziert. Und wenn das durchgelaufen ist, wird unsere aktive Version durch unsere neue Version ersetzt. Wenn das abgelehnt wird, warum auch immer, das Theme funktioniert nicht beispielsweise, dann würde das weiterhin die alte Version bleiben. Aber damit habt ihr einen komplett automatisierten Workflow, der euch es ermöglicht, euer Package aktuell zu halten, ohne dass ihr selbst deployen müsst. Und ja, das war's für dieses Video. So, wie ihr seht, haben wir jetzt unser eigenes Theme gebaut. Jetzt taucht es auch hier im Marketplace aus. Wir können das jetzt jederzeit benutzen und damit machen, was wir wollen. Falls ihr auch Interesse daran habt, das selbst zu machen, schreibt doch mal unter Video Kommentare, falls ihr ein eigenes Theme gepublished habt, sodass ihr Feedback von anderen kriegt. Ansonsten, ja, war's das für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, ja, könnt ihr mich dort auch kontaktieren oder in den Videobeschreibungen eine Affiliate-Link aufrufen, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.